Hallo, mein Name ist Boris Bessler, bin 30 Jahre alt und verheiratet. Vom Beruf bin ich Diplom Agraringenieur und betreue ländwirtschaftliche Kunden bei einer Privatbank. In meiner Freizeit arbeite ich gerne auf dem ländwirtschaftlichen Milchviehbetrieb meiner Eltern mit und bin in verschiedenen Mark-Gröninger Vereinen und Maschinenring Remsmoor aktiv. Mir persönlich ist es wichtig, unseren Kreis weiterhin für Bürger, Wirtschaft und Landwirtschaft attraktiv zu gestalten, ohne unnötige Gelder zu verschwenden. Wenn auch ihr das so seht und unsere Region euch am Herzen liegt, gebt mir am 15. Mai eure Stimme. Vielen Dank.